Unser Grossvater Georg Utz erkannte schon früh das Potenzial von Kunststoff und Nachhaltigkeit. Konsequent fokussierte er auf Mehrwegprodukte. Stets strebte er nach höchster Qualität und maximalem Kundennutzen. Der nachhaltige Umgang mit den Ressourcen und das Recycling waren für ihn selbstverständlich. Sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Mitarbeitenden und der Gesellschaft zeichneten ihn und seine Frau aus. Der Grundstein für unser heutiges Kerngeschäft wurde mit der Lansierung des RACO, unserem ersten Mehrwegbehälter, gelegt. Wir entwickeln und produzieren massgeschneiderte Lösungen für automatisierte und digitalisierte Logistikprozesse. Da wir direkt bei unseren Kunden sind, kennen wir deren Anforderungen genau. Wir lieben täglich unseren Qualitätsanspruch. Hallo. Hallo, Nicola. Hier ist Narako. Danke, Hubert. Bitte. Bei UTS denken wir in modularen Familien, welche mit cleveren Produktfeatures ergänzt werden können. Wir stellen uns jeder Herausforderung. Die Basis der Zusammenarbeit ist der respektvolle Umgang im Familienunternehmen UTS. Wir sind global ausgerichtet und aufgestellt und arbeiten nach einheitlichen Qualitätsstandards, um unsere Kunden rund um den Erdball optimal bedienen zu können. Grüß Sie wohl. Hier ist der Kast. Ich bin Rüger Köhler-Austausch. Hallo, Mike Scheidow, George UTS. Hallo, ich bin Fabrice Bachelier. Ich bin der Direktor General des Bundesfranz. Hallo, ich bin der Kast. 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 Der Kast befindet sich im Wandel. Neue Technologien und automatisierte Logistik dominieren die Prozesse und immer mehr elektronische Bauteile wollen sicher und smart transportiert werden. Oft werden wir so zu Trendsettern bei Branchenlösungen. Es entstehen komplette Transporteinheiten, welche passgenau in ihre Workflows integriert werden können. Als Ergebnis langjähriger Kundenbeziehungen erleben wir solche Entwicklungen hautnah mit. Same-Day-Delivery und Home-Shopping sind die neue Herausforderung in der Lebensmitteldistribution. Wir reduzieren Verpackungsmüll und gehen auf die geänderten Bedürfnisse der Konsumenten ein. Unsere Mehrwegbehälter und Trollys erlauben einen reibungslosen Ablauf in der Kommissionierung. Sie lassen sich perfekt im Micro-Fulfillment-Center integrieren. Die Logistikwelt wird automatisiert. Die Good-to-Person-Philosophie bestimmt die Technologie. Digitalisierte Auftragsabwicklung, automatisiertes Ein- und Auslagen und immer weniger manuelle Kommissioniervorgänge müssen synchronisiert werden. Auf diese Abläufe sind die UTS-Gebinde perfekt abgestimmt. Sie sind robust, smart, funktionieren leise und lassen sich energiesparend reinigen. Smart-Technology-fähig suchen sich bald unsere Behälter selbst den Weg durch die Logistik. Vom Hersteller bis zum Endkunden und kommunizieren nur noch mit den selbstfahrenden Flurfahrzeugen. Bei UTS hat Nachhaltigkeit Tradition. Unsere Behälter sind ausgelegt für den langfristigen Einsatz in der Kreislaufwirtschaft. Schon in den 70er Jahren haben wir die erste Recyclinganlage in Betrieb genommen. Da wir sortenreine Kunststoffe verwenden, sind diese nahezu 100% wiederverwertbar. UTS Industrial Compounds, wir nennen sie kurz UIC, sind qualitätsgeprüfte Sekundärrohstoffe. Daher machen wir bei Rezyklaten keine Kompromisse. Wir werden ein CO2-neutrales Unternehmen sein und haben genaue Vorstellungen, wie wir dies erreichen. Wir bei UTS produzieren bereits heute klimaneutral. Doch wir gehen weiter und bieten auch unsere Produkte mit MyClimate Kompensation an. Hier werden CO2-Emissionen in Klimaschutzprojekte umgewandelt. Ich bin glücklich, ein Teil der internationalen UTS-Familie zu sein. Denn wir sind über gemeinsame Überzeugungen und Werte miteinander verbunden. Diesen Anspruch hatten wir in der Vergangenheit, das ist heute so und wird auch in Zukunft so bleiben. Ich danke all jenen, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken, seien dies Mitarbeitende oder Kunden. Ich danke all jenen, die uns tagtäglich ihr Vertrauen schenken. Outro Untertitelung des ZDF für funk, 2017